Heute gibt es ein weiteres Stück aus dem Jahr 2003, das die Tücken der Konsumgesellschaft der modernen Welt thematisiert. Viel Spaß! Willkommen bei Olle Mann, mein Name ist Bumfiedel Müller. Was kann ich für Sie tun? Ja, äh, ich möchte gerne bestellen. Hören Sie mir bitte Ihre Kundennummer? 5-4-2-7-9-8-7-6-5 Dann nennen Sie mir bitte zu Ihrer Sicherheit noch Ihren Vornamen, Ihre Straße und Ihre Telefonnummer. Beiersand, äh, Helga, äh, 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 Württembergstraße 14 und äh, 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 0-3-6-4-7-7-8-7-9-8-7 Wunderbar, Frau Beiersand, dann nennen Sie mir bitte die Bestellnummer, die Farbe und die Menge. Ähm, äh, 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 das ist auf Seite 100, 149, das ist diese Kanne zum Entfetten von Soßen. Äh, 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 ja, einmal. Nein, Frau Beiersand, die Bestellnummer, die Farbe und die Menge. Bitte. Ja, ja, äh, 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 aber, aber die Menge habe ich Ihnen schon gesagt, oder? Einmal. Sie haben recht, Frau Beiersand, ich brauche aber noch die Farbe und, ganz wichtig, die Artikelnummer. Ja, ja, äh, die, die, die Farbe, das ist, das ist durchsichtig und, äh, äh, ja. Und die Bestellnummer bitte auch noch, Frau Beiersand. Ähm, äh, hier auf, auf Seite 149, Artikelnummer 5. Wunderbar, aber ich brauche eine sechsstellige Bestellnummer. Die steht meistens zu dem Text des Artikels auf der Seite. Aha, ja, ja, ich gucke, hier, hier, hier. Abnehmen fängt beim Entfetten von Soßen an. Das machen Sie jetzt völlig problemlos mit dem Patenten Fettbeckbändchen. Das ist das, das ist das. Ja, Frau Beiersand, dann gucken Sie mal ganz unten bei dem Text. Ja, ja. Da steht eine Nummer, die brauche ich. Hä? Okay. Okay, okay, äh, hm. 9, 5, 3, 1, 0, 5. DM 11.80. Da sehen Sie, Frau Beiersand, das war doch gar nicht so schwierig. Nein, nein, haben Sie recht, haben Sie recht. Kommt noch etwas dazu? Äh, 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 ja, Moment, Moment, Moment. Ich, 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 guck, das war hier, äh, 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 äh. Kein Problem. Ja, 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 ich hab's jetzt, ich hab's jetzt. Das ist auf, auf Seite 155. Frau Beiersand, nennen Sie mir doch bitte gleich die Bestellnummer, die Farbe und die Menge. Ja, 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 die, die, ja, okay, das, das, die, die sind so weiß, das ist, stapeln sie hoch, aber ohne Risiko und mit Gewinn an Platz, nämlich, ob Kaffeetassen, Suppentassen, Teetassen, der Tassenstapler ist stufenlos auf jede Tassengröße einstellbar. Hm, hm, das ist das, das ist das, Seite 155, die sind weiß. Wunderbar, Frau Beiersand, dann nennen Sie mir jetzt bitte ganz, ganz schnell noch die Bestellnummer und wir können schon zum nächsten Artikel voranschreiten. Ja? Ja, 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 äh, 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 951041, dem, äh, 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 19.90. Ja, 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 ich bin noch dran, ich bin noch dran, äh, 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 was gibt's denn noch? Frau Beiersand, möchten Sie, dass die Artikel an Ihre Adresse geliefert werden sollen? Hä? Ja, 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 meine Adresse, die, die, die hab ich Ihnen aber auch schon gesagt, die müssen Sie da stehen haben. Ja, 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 sollen die Artikel dahin geliefert werden? Hä? 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 Ja, 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 liefern, liefern, liefern ist gut, ja, 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 ja. Möchten Sie in einer Summe auf Rechnung oder in Raten bezahlen? Ja, 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 äh, äh, nee, 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 so wie immer, so wie immer, ba, 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 ba. Ja, Frau Beiersand, dann, äh, äh, direkt an der Tür per Nachname? Nein, 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 so wie immer, so wie immer, ba, 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 ba. Also, 14 Tage nach Erhalt der Ware mit Überweisung. Überweisung, ja, ich überweise das dann, mit der Bank, mit der Bank, ja, Überweisung. Hm, hm, ja, hm. Wunderbar, Frau Beiersand, haben Sie sonst noch einen Wunsch? Äh, äh, nein, nein, nein. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bedanke mich für Ihre Bestellung. Ja, 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 danke, danke, danke auch, danke auch, danke auch, danke auch. Ja, 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 ja. Tschüss.